Unsere Nähe ist doch schön. Ja, das riecht irgendwie... Super, Dieter, super. Ja, die Papiere sind alle bearbeitet. Wieso seid ihr so viele? Wir haben uns alle geholfen, dass wir hier reinkommen. Also erstmal eine kleine Information an die Presse. Falls die Presse sich fragt, was hier los ist. Ich habe für 10.30 Uhr hier eine Bürgersprechstunde angesetzt. Ist das super, dass die Zuneigung zum OB so groß ist, dass ihr alle gekommen seid. Ich bitte aber jetzt, nicht alle können das Anliegen gleichzeitig vorzutragen. Also worum geht's? Einmachen. Eines Wetten. Ein neues Wetter ist immer Patient. Ein neues Wetter ist ein neues Anliegen. An den Partner. Ich verrate jetzt mal, der OB ist im Urlaub.